Hier ist vor ein paar Tagen, ich war krank, ja, jetzt spielen wir Stummelkreis, wenn euch gefällt, lasst ein Like und ein Abonnier, ja, wir spielen jetzt. Okay, Leute, wir sind neue Spieler hier, okay, wir spielen jetzt. Okay, jetzt springe ich hier, okay, jetzt springe ich hier, okay, schreibt in die Kommentare, ob ich so mehr Videos für Stummelkreis mache. Oh, ich bin hier. Nee, Leute, okay, ich gehe raus. Ähm, jetzt, jetzt gehe ich hier, nee, das will ich nicht. Okay, dann gehe ich jetzt hier, okay, dann, ähm, ja, gehe ich, wir machen, jetzt, schreibt in die Kommentare, was ist euer Lieblingsmap im Stummelgeist. Dann gebe ich in die Kommentare ein Herz. Okay, das will, ich hasse diese Map. Okay. Okay, ich bin hier, ich sehe. Okay. 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 Ok. Ja, ich bin der Erste. Leute, ich bin der Erste. Äh, jetzt. Ja, er springt hier. Hier. Oh, ich dachte, er hat es nicht geschafft. Ok. Was macht er? Was macht er, Leute? Oh nein, oh nein. Er macht zu feil. Ja, das ist zu feil. Er hat es geschafft. Er hat es geschafft. Er hat es nicht geschafft. Aber habt ihr das gesehen? Wie ich habe nach oben gegangen? Alle sind nicht nach oben. Außer mich. Ich bin so gespannt. Ok. Jetzt die Halbfinale. Ok. Ok. Sorry, Leute. Oh. Laser. 3, 4. Ok. Ok. Ich bin nicht gut im Lassen. Ok. 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 Ja, wir haben es alles geschafft. Ok. Ok. Wir sind schon acht Leute, die Finale. Im Finale würde ich gar nichts sagen. Ähm, sorry für den Hintergrund, dass hier ein Interesseur ist, aber hier ist. Ich verliere bis hundert Prozent. Okay, ich denke, dass es euch gefällt. Okay, tschüss.